Musik Shalom Aleichem, ich bin Söder Dockl-Schechter und ich genieh' dich auch noch ein bisschen. Seitdem wir heute unser Kochprogramm Essgesinnte haben. Hier haben wir auch wasen, die er so zu packen, Halle, und der Rezept, das wir ihm ausgeklebt haben, ist die Tschernowitzer Halle. Ah, das klingt Geschmack, und die hast du ein bisschen Tschernowitzer Riechis, ja? Ja, der Tate ist geboren geworden, in der Zeugen geworden in Tschernowitz. Auch in dem ist das gewesen der Zentrum von jüdischen Künstlern und Schrauber, wenn du so in Parizes gewesen bist, in Bad Dugoyen. So, wie geht es mit der Tschernowitzer Halle? Ah, geht, Haibun mit dreiviertel Teppel warmem Wasser. Ja, wir nutzen nicht warmem Wasser vom Kran, nur man nennt Siedigwasser und gibt sie kaltem Wasser. Ja, ja, weil warmem Wasser vom Kran ist nicht das euer Geschmack, nicht das euer Gewinn. Nicht das euer Gewinn, ja. Ja, und ich gebe sie ein Konvertgelerheben. Gut. Und jetzt beerdere drei Viertel Teppel Mehl. Und jetzt geht man es mischen. Und jetzt, ich gebe euch die übrige Ingredienten. Es darf mir zwei Ehe. Mhm. Ich habe euch, äh, zu Klabt noch eine Ehe, was, ähm, was, äh, ich will machen mit dem an Ehe-Schicht, äh. Zum Sof, äh, in der Back ist. Ja. Was denn jetzt noch ein bisschen von dem? Du siehst, das ist wie eine Sache. Ja, das ist eine Sache. Das ist sehr viel. Eine Hälfte von dem will ich sie geben zum Teig. Ja, das lassen wir später. Und, Elbertbäumel, mit hierin ein halb Teppel. Und das ist eins und ein halb Löffel Salz. Und, circa, ein Viertel Teppel, circa. Und jetzt mischt man noch die ganze Sache. Eder mit hierin der Mehl. Ja, man sieht den Bäumel sehr klar. Mhh, das schmeckt Geschmack, äh, Meselinenbäume, also so Geschmack. Jetzt gibt man noch ein anderes für den Mehl. Drei und ein halb Teppel Mehl. Und das ist Breutmehl? Breutmehl, ja. Und man hat noch gewöhnlich Mehl. Ist nicht heiß. Ja. So, bei euch in der Heim hat man gesagt, Chale oder Keulich? Schabes hat man gehatt Chale, und man gegessen Chale. In Piram oder bei Hasene und man gemacht hat größten Keulich. Ah, bei uns haben wir nur gesagt, Keulich. Das Wort Chale nicht gehört. Äh, jeden haben eine Sachverte auf der Chale. Es ist durch Berges, äh, und Datsches und Kitke. In Alts meinte selber Chale. In Alts meinte selber Chale, was wir machen. Nein, Keulich ist gewöhnlich, bei uns ist gewöhnlich mehr Jungtiftig, Gräzen. Mhm. Er versteht sich also, das Wort Chale meint nicht, äh, das Bräut allein nur das, äh, mitzweifeln nehmen Palle. Richtig. Knecht mit den Händen, bring, bring das Tee rein zu sich, und, und er weg. Also, äh. Sie liebt den Gluten, du musst es tun, ein wenig, vielt mit dem Zieh. Ja. Finde den Tee. Wir kneten das Tee mit den Händen, wir können kneten an eher 10, 15 Minuten, oder? Ja. Oder, weil wir haben nicht kein Keulich, keine Geduld. Erst könnt ihr nützen eine Knetmaschine. Wir stellen es rein in die Schüssel. Verschließt es, und erhebt es und war Nummer eins. der Pamellachste. Jetzt, dreht sie. Wollen Sie noch ein bisschen? Ja. Jetzt hier noch ein bisschen, weil es nicht zu viel ist. Ah, nein, Sie seht schon alles gereht. Das ist schön. Da geht's noch ein bisschen. Ja. Gut. Jetzt habe ich schön alles geschwankend mit dem Schüssel und der in den Sommergemischten Tee. Und ich schmiere ihn ein mit ein bisschen Bäume. Also, ich will jetzt auch der Tee nicht zicklen, wenn sie geht auf. Ja. Das ist der Tee. Das ist der Tee. Oh, Sie glanz das so schön. Und, ah. Ich will sie kneten ein bisschen. Ich kriege sie. Ich mach ein kleines dick. Sehr rund, sehr glatt. Und, das? Ja. Du könntest sie auf beide Seiten. Ja. Soll ich jetzt weiß, dass die Bäume ist auf beide Seiten. Mhm. Und jetzt wollen wir die Zideckung mit der Hand so kommen? Ja. Ein bisschen fach. Ein bisschen fach. Ist das nicht fach? Das ist nicht fach. Ja. Und, äh. Los, du steckst sie an Erzfächer in einem warmen Ort. Ja. Ähm. Ich meine, wir wollen uns daran stellen in Eufen. In einem nicht umgestellten Eufen. Weil so kommt nicht daran kein Winter. Sehr schön. Ja. Rochel und ich haben schön früher gemacht. Jetzt sollen ich warten. Zwei Jahre sitzen beim Computer und warten. Und jetzt wollen wir flechten. Denn, hey, wir sind früher gemacht. Wir haben nach Wahsen verschiedene Erfahrungen, wie wir so jetzt flechten. Eins wird sagen, ganz sophistiziert. Und der andere wird sagen, ganz gering. Und das will den Kindern helfen. Oh. Und versteht sich, das sind drei Rezepte. Das ist ein Saatmeer-Tee, wie wir noch etwas gemacht haben, mit einer Benutzrecke. Oh. Und das ist so wehig. Das ist so wehig. Seidig. Seidig. Ja, aber rein. Ja. Geht? Ich will nehmen eine Hälfte. Und das ist nicht für dich? Weil du machst da größer. Ja. Ich will machen zwei größer. Es gibt so nichts als ein Bankkratzer. Bankkratzer. Weil ein Zoi, kennt ihr bei Kimmen, beerdigt demselben zum Tee mit einem Null. Die erste Sache, was ich will auch weißen, ist, wie ein Zoi immer macht, etwas, was sehr gering für Kinder zu machen, in von der Wachsen auch echt. Man macht einen langen Schlang. Einen langen, dünnen Schlang. Eure Kinder kennen das, was damals von Spielen mit Spieltag. Mhm. Jetzt spielen sie mal das auch Spielen mit Emerson Tag. und das hat ihr doch auch lange geschlagen. Und danach macht man Pusche da Knipp. Das heißt, eine Schnipschale. Versteht? Das ist ja. So ist das. Das ist schien auf Dirk. Das ist der Durchgeschmack. Und jetzt will ich auch was aneinander meinen Schale, was ihr kennt, machen. Das ist sehr gering. Eine kaltige Schale. Das wäre ein bisschen wie Pilkes. Wir ziehen das aneinander von hinten. Holt das nicht ziehen. Von allen Seiten. Wird es sehr glatt von euch. Ihr seht. Wie ein Globus. Ah, und von zwölf Pilken können wir machen die Rettenschale. Was ist die Rettenschale? Ah, das ist. Man macht zwölf kaltige Pilken. Man macht sie sehr rund und sehr glatt. Wie du hast es gemacht. Und nachdem nennt man einen runden Beckerle. Und man stellt alle zwölf rein. Und als sie backen sich, klappen sie sich zu neu. Und damit, als man macht eine Mäuzi, kennt man sie von anderen Ländern. Oh, sehr schön. Und dann haben sie es euch lieb. Und Erwachsene euch versteht sich. Und wenn ihr seht, das alles ist ein bisschen kleiner, wie ihr gewollt. Steck drauf noch ein bisschen. Von hinten. Und das werden größer. Jetzt Yves, willst du dir erzählen, was für eine Kalle du machst? Ja, ich will machen zwei interessante Kalles. Ich mache euch eine Sachschlängelech. Ich will machen eine traditionelle Keulich von sechs Schlängelech. Von sechs Stücklech. Das ist eine traditionelle Keulich, die man von sechs täglich. Und wenn man zwei hat, ist das zwölf. und das sind die zwölf Lappensbreut von Besamegdesh. Ah. Und das zweite, was ich mache, ist ein Rezept, das ist nicht kein Jüdischer, aber es passt sich sehr gezieht zu Jüdischen Täubim. Und jetzt wird es sein für uns. Und jetzt mache ich die Schlängelech. Ich mache sie alle sehr glatt und sehr gleich. Und als man katscht euch die Schlängelech, katscht sie zwei Arop und zwei Basunder. Mit zwei Maluches mit dem Mol. Und euch sehen, ein bisschen Diener bei den Ecken und ein bisschen Gräber inmitten ist das schön. Ich wünsche euch nicht zu viel. Da habe ich sechs Schlängelech. Ich knipse sie zusammen von euch. Und die zwei von den Seiten mache ich so. Habe ich aber schäfenisch mit zwei Händen und vier Füßen. Und das Flechten ist nicht so schwer, wie ihr jetzt meint. Das von rechts bringe ich in mitten. Das von links bringe ich zum rechts. Jetzt steht das von links in mitten und das von rechts auf links. Und vielleicht ist es ein bisschen loslich. Es soll nicht zu eng gebunden sein. Weil es versteht sich, als das Tee darf aufgehen. Und es soll weiter kicken Sie, wie schön sie ist. Das ist der traditionelle Keulich. und sie wird aufgehen, wird sie sein so schön. Und jetzt der Tor habe ich gemacht, neun Schlängelech. Neun die Schlängelech und mache vom See zwei Wolken. Und lege sie auf ein Beckerlech. Mit den Füßen in Drößen und den Hüften in Mitten. Macht es so aus, dass der Becken nicht groß ist? Es wird sein wenig groß später, als ich will sie flechten. Aha. Es wird nicht. Es sieht euch wie ein Hula-Claid. Ein bisschen wie ein Hula-Claid. Ein bisschen wie ein Oktopus oder ein Achtzenofus. Da habe ich aber Schäfenisch mit 18 Füßen. Zehra Jüdischlechen nicht mehr. Und die 18 Füße, von die 18 Füße mache sechs Gruppen von drei. Und alle drei Füße flecht eine kleine Halle. Also. Nicht zu eng. Ein bisschen los. Die Forme von Halle ist nicht kein traditioneller Jüdische. Sie ist oft kein Belgische. Aber dieses passt sich sehr gezielt zu Jüdischen Jöntäubim und Simchis. Weil dort macht man Amokindövid. Sehr schön. Sehr schön. Und als sie geht auf, ist das wunderlich schön. Jetzt gehen wir stellen in einem warren Ort. Aber nicht an ungestellten Reichen. Ja. 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 Es ist wichtig, man soll sie sehr zärtlich behandeln. Ja. Und wir wollen sie aber schmieren mit ein bisschen Ehe Schicht. Das ist das übergebliebene Ehe mit einem Löffel Wasser. Die Kekse ist gut wie man schmiert. Seid vorsichtig zu schmieren. Nur mit ein bisschen. Man soll nicht haben zu viel. Du. Inne wenig. Zwischen. Wo die täglich werden. Geflachten. Brief auf wie viel sie ist nötig. Zu decken. Alle. Überflachen. Und dann schmieren wir die kleine Kalki. Die Kalki. Und euch sehr sehr edel. Es ist auch nicht zu quetschen, der Tag. Wir wollen die Kalki auf 350 Grad backen. Aber ich habe ungewandt den Eowen auf 450 Grad. Es soll sein sehr heiß als mich stellt sie rein. Nochdem wollen wir machen niedrig die Heats. Das heißt, wie bald mich stellt er rein. Ich lasse mich auf die Temperatur bis 350 Grad. Also. Und wir haben die Leib Muen oder die Simpsons Kerala. Was schützt du ein bisschen mit dem Eowen? Jetzt stellt. Tieren rein. Die Kalki in sehr heißen Eowen. 54 Grad. Aber bald bald machen wir dus 53 Grad. Jetzt ist er rausgekommen von Eowen. Kijk wie schön. Und morgen durch die Kalki in Kalki. In Kalki in Kalki. Wir hoffen, dass ihr Gibt verbracht habt. Auf unser Kochprogramm. Erstgesinnte Eend. ということ nicht keinem. Bautzen im Hintergrund. там flnent ut. Dann lethal auf unseren Darm mereka. Gibt es im ganzen Tag. Ola hat sich nichts e樂ig. rêhern Lisa Teams abre! themä chemische Steuerung. Es ist bei einem koszen James Bent commit. Der flverb Tal. Ich provee sie vorher keinemimmer. Dann我也 zu zweif younger. Und corporativ 나와 Aunt zu sein. Bis zum nächsten Mal.